Geht hinaus, um die Wahrheit zu verteidigen. Botschaft der Muttergottes Königin des Friedens an Pedro Regis in Angyra, Bahia, Brasilien am 6. Januar 2024. Liebe Kinder, passt auf, dass ihr euch nicht täuschen lasst. Lämmer werden zu Wölfen und viele werden in den Sumpf der falschen Lehren geführt. Ich bin eure schmerzhafte Mutter und ich leide für das, was auf euch zukommt. Beugt eure Knie im Gebet. Sucht Kraft in den Worten meines Jesus und in der Eucharistie. Haltet euch wie immer an die Wahrheit und flieht vor den Neuerungen, die sich überall verbreiten, um der Welt zu gefallen. Vergesst nicht, ihr seid in der Welt, aber ihr gehört dem Herrn. Geht hinaus, um die Wahrheit zu verteidigen. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch wieder einmal hier zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seid in Frieden.